Die Urgötter in der griechischen Mythologie Hallo, in diesem Video werden Sie Zeuge eines kurzen Überblicks über die Urgötter in der griechischen Mythologie sowie einer Beschreibung ihrer Ursprünge, Eigenschaften und Mythen, die mit diesen Göttern verbunden sind. Dies wird es Ihnen ermöglichen, die folgenden Videos, in denen das kosmogonische Universum, das mit der griechischen Mythologie verbunden ist, ausführlicher behandelt wird, besser zu verstehen, um Ihnen zu helfen, eine umfassende Vision zu haben. Die damals am meisten akzeptierte Version ist die von Hesiod in seiner Theogonie gesammelte. Es beginnt mit Chaos, einer tiefen Leere. Daraus entstanden Gaia, Erde, und einige andere göttliche Urwesen, Eros, Liebe, der Abgrund, Tartarus, und Erebus. Kosmogonische Mythen waren bereits im dritten Jahrtausend vor Christus Teil des Lebens in den Gesellschaften des Nahen Ostens. Mit der Entwicklung der griechischen Kultur übernahmen die griechischen Dichter nach und nach diese östlichen Mythen. Die ersten Versuche finden sich in der Ilias von Homer, wo an einer Stelle berichtet wird, dass Hera in Anlehnung an den dopulonischen Mythos von Absu und Diamat erklärt, sie wolle den Gott Ozean, den Vater der Götter, und die Mutter Thetis versöhnen. In diesem Sinne geht die Vorstellung vom Wasser als Urelementales von Milet voraus, der nach einem Urelement suchte, um die Natur der Dinge zu erklären. Die Kosmologie des Orpheus, des mythischen griechischen Dichters und Musikers, versucht die Kluft zwischen einem leeren Chaos und der sichtbaren Welt mit einer anderen Darstellung zu überbrücken, nach der am Anfang von allem das Chaos, die Nacht, Nix, und der Erebus standen. Schauen wir uns nun die Urgötter einen nach dem anderen an. Chaos Nach Hesiods Theogonie war das Chaos das erste, was existierte, und da das Chaos das einzige ursprünglich existierende Wesen war, müssen die späteren Gottheiten zwangsläufig aus ihm hervorgegangen sein. Es ist das, woraus alles entstanden ist, auch das Universum und die griechischen Götter. Am Anfang war das Chaos ein Zustand zufälliger Unordnung in der ursprünglichen Lehre, und kurz darauf bildete sich in seinem Schoß ein kosmisches Ei, das ausschlüpfte und die ersten Gottheiten in der Dunkelheit hervorbrachte. Dem griechischen Geschichtsschreiber Hesiod zufolge war das Chaos auch ein Ort, der dem Tartarus und später dem Himmel ähnete. Hesiod beschrieb ihn als einen fernen, unterirdischen und schattenhaften Ort. Mit den ersten Göttern, die aus dem Chaos hervorgingen, stellt Hesiod die Gottheiten auf, die mit jedem bekannten Element verbunden sind, beginnend mit den Urelementen Erde, Himmel und Meer. Gaia Obwohl Gaia eine wichtige Figur in der griechischen Mythologie war, wurde sie im antiken Griechenland nicht besonders verehrt, obwohl ihr Tempel gewidmet waren. Obwohl Gaia in den Mythen als Person auftritt und manchmal in Kunstwerken in menschlicher Gestalt aus dem Boden aufsteigt, kann man sie nicht als vollständig anthropomorphe Gottheit bezeichnen, da sie sich unmittelbar und direkt mit der Erde als physischem und natürlichem Element identifiziert. Sie ist die Schöpferin des Universums und war auch in der Lage, die Zukunft vorherzusagen, weshalb sie auch als Prophetin angesehen wurde. Gaia allein gebar Uranus, den Sternenhimmel, dann vereinigte sie sich mit ihm und gebar die Titanen, die Titaniden, die Zykloten und die Hekatonschires, Wesen mit 100 Armen, riesig und gewalttätig. Uranus hasste alle seine Kinder und zwang sie daher, in den Tiefen ihrer Mutter zu leben. Eines Tages beschloss sie, sie zu befreien und forderte sie auf, sich an ihrem Vater zu rächen, aber sie hatten alle zu viel Angst vor ihm. Nur der Jüngste, Kronus, stimmte zu, weil er ihn so sehr hasste. Gaia übergab ihrem Sohn Kronus eine stählerne Sichel. Kronus schnitt die Hoden seines Vaters ab und warf sie hinter sich. Das Blut, das aus der Wunde floss, durchtränkte Gaia und aus ihm wurden die Riesen, die Herinias und die Nymphen der Eschen sowie alle mit den Bäumen verbundenen Gottheiten geboren. Nach dieser Verstümmelung vereinigte sich Gaia mit Pontus, aus dem die Meeresgütter hervorgingen. Kronus, der über die Welt herrschte, war zu einem schrecklichen Tyrannen geworden und hatte seine Brüder in den Tartarus eingesperrt, und so plante Gaia eine neue Rache. Die Kinder von Rhea und Kronus waren von ihrem Vater verschlungen worden, aber als sie von Zeus auf Band aufgenommen wurde, rief sie um Hilfe. Gaia und Uranus enthüllten ihr das Geheimnis des Schicksals und lehrten sie, wie man Kronus überlisten kann. Als das Kind geboren war, versteckte Gaia es in einer Höhle, während Kronus einen in Decken eingewickelten Stein erhielt, den er verschlang, ohne den Unterschied zu bemerken. Als Zeus älter war, kämpfte er offen mit Kronus, und Gaia ließ ihn wissen, dass er die Hilfe der Titanen brauchen würde. Als Zeus sie aus dem Tartarus befreite, schenkten sie ihm Blitz, Donner und Licht, Waffen, mit denen er seinen Vater enthunte. Aber Gaia war immer noch unglücklich über das Schicksal der Hekatonscheres, die besiegt worden waren, und so vereinigte sie sich mit Tartarus, Gott der Abgründe, und Gebartei von, mit dem die Götter lange Zeit zu kämpfen hatten. Aus dieser Verbindung entstand ein weiteres Ungeheuer, Echidna. Die meisten Theogonien schreiben Gaia die Mutterschaft verschiedener Ungeheuer wie Charybdis, den Hapien, Python, dem Drachen, der das goldene Vlies bewacht, und sogar dem Ruhm zu. Tartarus Der Tartarus ist die tiefste Region der Welt, die sich unter dem Hades selbst befindet. Es war der Ort, an dem die aufeinanderfolgenden Generationen von Göttern ihre Feinde gefangen hielten. In der griechischen Mythologie gab es den sogenannten Tartarus, einen quälenden Ort ewigen Leidens, ähnlich der Hölle des Christentums. Der Tartarus war nicht nur ein Ort, sondern auch eine Gottheit, der Sohn von Äther und Gaia. Der Tartarus als Ort lag noch tiefer als der Hades, in den Eingeweiden der Unterwelt. Der Tartarus war ein Ort, der so weit entfernt war, dass seine Entfernung der des Himmels zur Erde entsprach. Sie war von drei Nachtschichten und einer Bronzewand umgeben, die eine dunkle, düstere und unheilvolle Grube bildeten. Dort wurden die Titanen gefangen gehalten. Der Hades war die Welt der Toten, in die alle eintraten, aber der Tartarus war die Heimat der Verdammten, die von Riesen mit Dutzenden von riesigen Köpfen und Hunderten von starken Armen, den Hekaton Schieres, bewacht wurden. Wie im Dantesken Inferno entsprach auch im Tartarus die Strafe dem im Leben begangenen Vergehen. Der Tartarus hatte sein Gegenstück, die elysischen Felder, Aufenthaltsort der Tugendhaften und Helden, deren grüne Felder und glühende Wiesen eine glückselige Ewigkeit versprachen. Nach dem Tod wurden alle vom Gericht des Hades beurteilt, das aus Radamantis, Eakus und Minus bestand und das endgültige Schicksal aller Wesen bestimmte. Eros Er verkörpert die Leidenschaft, die Liebe und die totale Sehnsucht, und seine Existenz ermöglicht es den Urwesen, neue Wesen ohne fleischliche Vereinigung zu schaffen. Eros war der griechische Gott der Liebe, genauer gesagt, des leidenschaftlichen und körperlichen Verlangens. Ohne Vorwarnung wählt er seine Ziele aus und trifft sie mitten ins Herz, was zu Verwirrung und unbändigen Gefühlen führt. In der griechischen Kunst wird Eros oft als unbeschwerter und schöner junger Mann dargestellt, der mit Blumen, insbesondere Rosen, gekrönt ist, die eng mit dem Gott verbunden waren. Andere mögliche Ursprünge In seinem poetischen Werk Theogonie, 6. Jahrhundert vor Christus, einer der ältesten Darstellungen des Ursprungs des Kosmos und der Abstammung der Götter in der griechischen Mythologie, erklärte Hesiod, dass Eros nach dem ursprünglichen Chaos zusammen mit Gaia, der Erde und dem Tartarus, der Unterwelt, entstand. In Aristophanes, Komödie die Vögel, 414 v. Chr., schlüpfte der Gott aus einem Ei, das Nix, die Göttin der Nacht, gelegt hatte, nachdem er von Erebus, dem Gott der Finsternis und der Schatten, geschwängert worden war. Platon schrieb in seinem Werk das Gastmahl, 385 bis 370 v. Chr., das Eros aus der Vereinigung von Poros, dem Gott des Überflusses, und Penia, die die Armut repräsentiert, entstanden ist. Diese Kombination erklärt die ambivalenten Eigenschaften der Liebe, die von der mütterlichen Seite ständigen Mangel und von der väterlichen Seite Überfluss und Mut geerbt hat. Manchmal ist der Gott spielerisch und harmlos boshaft, aber manchmal ist er grausam mit seinen Überraschungsangriffen, die nur rücksichtslose Leidenschaft und Verwirrung bringen, der Gott spielt mit seinem Opfer wie mit einem hilflosen Blatt im Wind. Er wird auch als Fruchtbarkeitsgott verehrt und ist der Sohn von Aphrodite, der Göttin der Schönheit und Sexualität, und Ares, dem Gott des Krieges. Als Sohn der Göttin der Schönheit und des Gottes des Krieges ist Eros eine zwiespältige Gottheit, so wie die Liebe ein Synonym für Glück sein kann, so kann sie auch Schmerz und Leid verursachen. Dieser Gott inspirierte nicht nur andere zur Leidenschaft, sondern fiel auch seinen eigenen Pfeilen zum Opfer und verliebte sich in die sterbliche Psyche, die als schönste Frau der Welt galt. Aus der Verbindung der beiden ging ihre einzige Tochter Hedone hervor, die die Sinnlichkeit symbolisiert. Der repräsentativste Mythos besagt, dass Eros der Sohn von Aphrodite, der Göttin der Schönheit und Sexualität, und Ares, dem Gott des Krieges, ist. In anderen Schriften heißt es jedoch, dass diese Göttin ihn empfing, nachdem sie vom Meeresschaum besessen war, und dass aus dieser Vereinigung Zwillinge hervorgingen, Eros, der Gott der Liebe, und Hymenäus, der Gott der Lust und des sexuellen Verlangens. Diese beiden Brüder repräsentieren zusammen mit Potos die Eroten, die geflügelten Götter der Liebe in der griechischen Mythologie. Diese Trilogie vereint die grundlegenden Komponenten, auf denen alle Beziehungen beruhen, Liebe, Eros, sexuelles Begehren, Hymenäus, und Sehnsucht, Potos. Mythen des Eros Der Mythos von Eros und Psyche Psyche war die Tochter eines Königs, die die Menschen mit ihrer Schönheit beeindruckte. Dies veranlasste viele, sie als Reinkarnation der Aphrodite zu verehren und ihre Altäre zu verlassen. Die eifersichtige Göttin befahl ihrem Sohn Eros, die Frau dazu zu bringen, sich in den ekelhaftesten und abscheulichsten Mann zu verlieben, den es geben konnte. Der Gott war jedoch von ihrer Schönheit bezaubert und nahm sie mit in seinen Palast, wo er sie zu seiner Frau machte. Um den Zorn ihrer Mutter zu vermeiden, besuchte er sie jedoch nur nachts und im Dunkeln, um ihre wahre Identität nicht zu verraten. Beeinflusst von ihren neidischen Schwestern, beschloss Psyche eines Tages, zu warten, bis der Gott schlief und leuchtete mit einer Lampe sein Gesicht an, um zu sehen, wer er war. Als der Verrat aufgedeckt wurde, beschloss Eros, sie zu verlassen, und die Trauer ließ sie ihre Schönheit verlieren. Die Frau, die sich schuldig fühlte, unternahm eine Reihe von gefährlichen Versuchen, um seine Vergebung zu erlangen. In der letzten dieser Geschichten stieg sie in die Unterwelt hinab, um Persephone um etwas von ihrer Schönheit zu bitten, damit sie die ihres Geliebten wiederherstellen konnte. Schließlich verzeiht Eros ihr und bittet seine Mutter und Zeus, Psyche unsterblich zu machen, damit sie in Ewigkeit zusammenbleibt. Aus der Verbindung der beiden ging ihre einzige Tochter Hedone hervor, die die Sinnlichkeit symbolisiert. Der Mythos von Daphne und Apollo In einer anderen Geschichte wird erzählt, dass Apollo, der Gott der Sonne, der Vernunft und der Musik, sich über Eros, Fähigkeiten als Bogenschütze und Sänger lustig gemacht hat. Aus Rache schoss er ihn mit einem seiner Pfeile an, damit er sich in eine Nymphe namens Daphne verliebte. Im Gegenzug schoss er einen weiteren Pfeil mit einer Bleispitze auf die junge Frau, damit sie Verachtung und Geringschätzung für ihn empfand. Trotz ihrer Ablehnung suchte der Gott sie weiterhin auf und um den Schikanen zu entgehen, bat Daphne ihren Vater, den Fluss Ladon, um Hilfe. Er verwandelte sie in einen Lorbeerbaum, der von da an Apollo heilig war. Der Mythos von Liebe und Leidenschaft Ein anderer Mythos erzählt, dass Aphrodite besorgt war, weil die Zeit verging und ihr Sohn nicht erwachsen wurde, sondern immer ein rebellisches und schelmisches Kind blieb. Also beschloss sie, das Orakel der Themis aufzusuchen, um eine Antwort zu erhalten. An diesem heiligen Ort wurde ihr gesagt, dass Liebe ohne Leidenschaft nicht wachsen kann. Die Göttin verstand die Botschaft erst, als sie einen weiteren Sohn bekam, Anteros, den Gott der Leidenschaft. Als er bei seinem Bruder war, wuchs Eros zu einem schönen jungen Mann heran. Aber als sie getrennt wurden, wurde er wieder zu einem verwöhnten Kind. Der Mythos von Helena von Troja Aphrodite versprach dem trojanischen Prinzen Paris die Liebe von Helena, nachdem dieser sie in einem Schönheitswettbewerb gegen Hera und Athene gewählt hatte. Helena, die für ihre Schönheit berühmt war, war mit Menelaus, dem König von Mykine, verheiratet. Doch dank eines Pfeils von Eros verliebte sie sich in Paris, und die Liebenden flohen gemeinsam und lösten den trojanischen Krieg aus. Erebus War ein Urgott, die Personifizierung von Dunkelheit und Schatten, der jeden Winkel der Welt erfüllte. Seine dichten Nebel der Dunkelheit sollen die Ränder der Welt umgeben und die schattigen unterirdischen Orte. Erfüllen Das Chaos selbst hatte sowohl ihn als auch Seine Schwester Nix, die Nacht, und aus der Vereinigung der beiden Geschwister gingen ihre Gegenstücke hervor, Äther und Hemera. Nix schleppte die dunklen Nebel von Erebu über den Himmel und brachte der Welt die Nacht, während Hemera sie verbreitete und den Tag brachte. Nix blockierte das Licht des Äthers, die helle, leuchtende obere Luft, und Hemera lichtete die Dunkelheit, so dass der Äther wieder die Erde erleuchten konnte. Erebus war auch der Wohnsitz von Cerberus, dem dreiköpfigen Hund, dem Wächter des Haders, zusammen mit Thanatus, den Erinias und den unbegrabenen Toten. Nächstes Video, die Titanen Sie werden es lieben. Für weitere Videos über Geschichte, Mythologie, Philosophie oder Kunst besuchen Sie meinen Kanal in der Videobeschreibung.